You can take it back no more I've got so much left to say But I'll take my words and walk away Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Schön dass ihr angeschaltet habt und Ja wir müssen mal nach dem Boden hinkriegen Wir haben in der letzten Folge ein wenig Steine gefarmt Oder? Ja hier an unten haben Die haben zwei Mögel getötet Ja stimmt Und die waren wieder vom Stier getötet Aber wir müssen erstmal hier Den ganzen Boden erstmal hinkriegen Und ja auf jeden Fall will ich einen Keller haben Aber erstmal will ich den ersten Stock haben Und ja die Kirschen brauchen noch wenig Oh da ist ein Huhn Ein Huhn Ok wir müssen immer viel essen weil irgendwie Das brauchen wir nicht, wir sind ja gestorben Hä soll ich sie nicht weg spawnen? Hallo? Oh hoffentlich schaff ich mich die Bienen nicht an Sind die weg? Hä? Ist weg? Lol ist auch weg Gut Jaa auf jeden Fall würde ich auch gerne Der Julian mitspielen Aber er braucht noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher Ja äh Brauchste auch Ich brauche 16 Gigabyte Arbeitsspeicher Aber ich habe die Microsoft 8 Gigabyte Und mein Windows hat glaube ich 2 Und ich selber Jaa Butcher kriegst du halt 6 Gigabyte für den Aufnahmegand Jaa Ich denke mal steinfarmen würde ich ganz unten in der 13er lobby Vielleicht für den Elementen Wäre auch nice Und ich wollte auch in dieser Folge noch die Eisenrüstung fertig bauen Die werde ich auf jeden Fall noch fertig bauen Und Jaa welche Höhe ist das denn? Ach 16 Gut können wir auch hier alle hier unten finden Licht Genau 5 Fackeln noch Wird noch gehen Wird glaube ich noch gehen Wird glaube ich noch gehen Wird glaube ich noch gehen Und jaa Schreibt mir gerne hier in den Kommentaren was ich halt zu dem Thema halt reden soll Vielleicht ist es euch interessiert oder so Oder schreibt mir in den Kommentaren oder sogar über mich oder so Wenn ihr es möchtet einfach in den Kommentaren hinschreiben Dann antworte ich Ich versuche jeden Kommentar anzuworten Und jaa Bitte keine Werbung wie immer Und ich denke bald kommt ein Livestream Livestream zu Minecraft Staffel 2 Da werden glaube ich noch ein paar Zuschauer dabei sein Aber Ja bald Das glaube ich jetzt schon die Sechste oder siebte Folge Minecraft Ich weiß das nicht genau Ich vermute siebte Könnte auch falsch sein Gut Dann machen wir glaube ich bis hier Schluss So Und Diese Richtung machen wir in die andere Richtung auch ein bisschen Wie gesagt heute Die Eisenrüstung fertig bauen Möchte ich natürlich auch äh Equipment Vielleicht finden wir heute auch Diamanten Wäre auch richtig nice Und jaa Sonst ist eigentlich alles gleich geblieben Ich versuche immer noch jeden zweiten Tag ein Video auszubringen zur Gemeinschaft Bald kommt wieder Ich denke ich fange nächste Woche an wieder Äh 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 Die Team Staffel aufzunehmen Weil ich noch ein Update noch runterladen muss Und jaa Da würde ich wie gesagt weiterspielen noch gerne Und wenn ich möchte auch andere Let's Base hochladen Schreibt im Quartal immer was in den Spiel Ich äh Spiegeln soll Ein Knall Ja ist Ich würde auch sagen Jaa Das ist halt ein Knall für Jüngere Zuschauer kann ich auch schon mal sagen Weil ähm Mich hocken natürlich auch nicht so viele ä 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 minderjährigen zuschauer habe und deswegen ja ist halt dann so werden nicht so ein assi youtuber sein wie verschiedene andere ich erwähne die lieber nicht gut wir haben jetzt mal stein gefahren wir haben jetzt machen wir die hälfte ja wird das schon klappen ja die wollte ich auf packel machen genau könnte jetzt würde schon so eisenrüstung bauen also machen eisenrüstung erstens brauchen wir einen helm haben wir brustpanzer haben wir ne hose haben wir und schuhe haben wir auch noch acht übrig ja lass uns diesen morgen anziehen ok jetzt warten wir ganz kurz die sonne geht runter sieht eigentlich richtig nice aus hier im spiel jetzt können wir schlafen ja ich glaube es noch runter und ich habe sie mich bei den technischen raunchen irgendwie nicht aber ich muss ja gucken vielleicht klappt es dann im spiel irgendwie ja sonst mal die eisenrüstung anziehen ja sehr geschützt eigentlich jetzt aus ja sie schon besser aus leute ja gefällt mir eisenschläge eigentlich auch bei arbeiten dieser behalte ich lieber weil sie vielleicht eine eisenspitze gebrauchen die wir dann an jemanden bauen können das brauchen wir erst mal hier paar steinziegel bauen der keller wird irgendwo hier gerade eingang sein ich weiß es noch nicht erst mal den boden und die wende mal hochziehen und dann werden wir halt dann weiter sehen ich finde es doch cool dass ihr ja ich finde es richtig gut dass es euch richtig gut an microsoft 2 und ja hier kann ich noch andere rüstungen anziehen die wir auch smarttec haben die werde ich dann auch aufhaben dass man dringend fliegen kann und sowas ist cool und ich habe das 1.1.2 nicht vergessen haben wir hier bisschen honigsaft das ist ein huhn hinterm baum das war doch davor oder hinten ja wir brauchen steine sonst läuft das nicht so gut können wir mal was wir nicht brauchen und weg tun das hier nicht und können erde für unser feld benutzen dass wir später nicht auch einplatzen werden ich werde genau automatische farben hier haben wie in der letzten staffel ein bisschen größer vielleicht unterirdisch alles oder werden dann sehen wie es halt andauert noch hier die erze zehn erz haben wir hier kupfer erz und ja hier sind noch verschiedene ich weiß nicht noch ein schimmer rings ich weiß noch was es ist wenn ich später noch auswinden ein bisschen holz von kirschbaum und ja wir warten noch ein bisschen auf steine von das was ist das denn ein schmetterling noch zur stelle ich glaub das wird glaube ich nicht reichen die mühre gucken aber es wird nicht reichen wenn das hier zwölf waren brauchen wir noch ungefähr 32 stück so gut hier ist noch eine ist es ein kleiner stil das ist eine kuh ok wir warten bis sie größer ist und dann können wir diese töten wenn wir leder brauchen und da oben ist eine kuh ich muss sie leider töten egal ob oder ich behalte ich weiß nicht aber ich spawne immer kühe wenn ich aufdrehen das heißt können die töten weil sie so was sie einen coolen rucksack bauen können ich will gerne einen rucksack bauen und ja das soll dass ich sich umgebracht habe jetzt muss ich warten bis die kinder noch gewachsen sind bestimmt trägt sich ein kind wieder und tötet mich weil sie dann ein stier wird natürlich ich sterbe sonst wieder gucken wir dann hier ist okay hier ist ein kleiner kuh ich brauchen glaube ich acht leder wir haben ja vier gucken wir mal an ich gehe lieber durch wird man schneller so hier war das schon zum beispiel so einen ganz normalen rucksack was das denn was restzieher schmilzt bekommen dann was schmilzen wie soll die also also man kann verbrennen ok gut gut ja sieben und ich habe noch eine regelplatte was gold ist weiß ich brauche auf jeden fall noch gold wir haben ja nur kopfers die hier ist interessant da kann ich mich aussehen naja dann ist es halt so brauchen wir noch ein paar bisschen leder das heißt wir haben hier vier leder brauchen wir noch drei stück ok wenn es fertig ist könnten wir ja nicht das verwenden ich glaube es wird nicht reichen gucken wir reden nach so noch ein bisschen unten aus den holen wir mal außen aussehen aus dem mien noch ein bisschen was ja wird nicht reichen ist doch klar uns fehlt noch ein ja ich hole paar steine aber erstens bevor ich brauche keine steine holen weil ich ein paar steine habe noch und dann brennen wir das ganze noch mal ein boden fertig machen ja für diese folge wäre es doch nicht auch ganz angenehm wenn wir es doch schaffen und wir haben noch ein rohes rindfleisch brauchen wir nicht wir haben noch genug noch kirschen hoppala wir haben noch genug kirschen ich esse die 17 auf dann esse ich das hier auf die kohle brauchen wir auch nicht irgendeinen mutan brauchen wir nicht holz brauchen wir auf jeden fall später das nicht und ja das andere brauchen wir sonst eigentlich immer genau gut ich will auch heute den schönen boden hinkriegen das ist so da haben wir vier glaube ich auch vier elf hier nur acht stück ich glaube ein bisschen noch und dann ist es okay ja das wird auf jeden fall reichen nächste folge paar steine holen vielleicht mit mir auch demanden oder so und ich bin gerne hier nice zum starten das spiel das hauswertig ist oder somit zuschauer nicht auf dem server spielen gerne einen live stream könnten ich kann natürlich auch live streamen möchten aber ja wenn wir halt sehen wie gut es erstmal ankommen wird zuschauen so ja bestimmt haben die auch lust drauf vier stück fehlen uns vier stück ein block fehlen und zack die bald hier bevor ich eine zweite spitze gebrauch oder so das am besten ist die drin habe so oder ich tausche lieber aus weil das hier brauche ich weniger gut dann haben wir den boden auf jeden fall fertig und ja wir haben hier schöne sachen die wir auf jeden fall noch alles bauen werden erkunden werden es gibt noch neue gebiete tempels und sowas halt wir müssen suchen und ja ich denke wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein abo da und wir sehen uns in der nächsten folge wieder euer ein kraft tschau tschau